Das ging ja überhaupt nicht gut aus im letzten Part. Wir haben Olaf komplett unterschätzt, aber ich habe Klimaschutz jetzt nochmal gestartet und mein Fehler war wirklich, ich bin zu defensiv rangegangen. Man muss wirklich draufhauen bis zum Ende und nicht ein einziges Mal zögern. Natürlich gilt es auch ein bisschen strategischere Formationen zu bilden, aber jetzt können wir weitermachen mit der letzten Kampfübung und dann geht es in die Story endlich. Der sogenannte Kriegsnebel ist Thema dieser Mission. Endlich sind wir soweit. Jawohl, Nell. Unsere letzte gemeinsame Mission. Welch furchtbarer Anblick. Fast die ganze Umgebung bleibt verborgen. Dieses Phänomen nennt man Kriegsnebel, der durch Kanonenrausch entsteht. Im Kriegsnebel können die Einten nur begrenzt weit sehen. Überprüfe am besten das Sichtwelt jeder Einheit. Okay, nehmen wir diese Infanterieeinheit. Siehst du die hellen Felder in ihrer Umgebung? Das ist ihr Sichtfeld. Soweit sieht sie im Kriegsnebel. In diesem Gelände beträgt das Sichtfeld den Wert 2. Äh, und was genau ist das Sichtwelt? Wo wird man das angesagt? Hellmarkiert ist auch die Umgebung deines Hauptquartiers, deiner Städte und anderer Stellungen. So findest du sie. Neutrale Städte oder die des Gegners bleiben aber im Dunkeln. Sie bleiben verborgen, bis du ihnen ganz nah bist. Siehst du diese dunkle Stadt? Du weißt nicht, wer sie dort versteckt. Nun versuche sie zu besetzen. Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also diese Zonen hier sind theoretisch unsichtbar, da Nebel in der Gegend ist. Okay. Und wir können uns nur bis dorthin wägen. Aber was ist denn das Sichtfeld? Das habe ich irgendwie noch nicht verstanden. Okay, ich kann jetzt nicht zurück, also gehe ich mal zur Stadt und besetze sie. Okay, sie war blau. Diese Städte sahen gleich aus, als sie dunkel waren, nicht wahr? Äh, ja, wie alle Städte? Gehe umsichtig vor. Wenn du die Zugehörigkeit einer Stadt prüfst. Wählst du als nächstes bitte diese MEG-Einheit? Äh, ja, gut. Ich verstehe aber irgendwie nicht das mit dem Sichte. Äh, dort, die Sicht. Das Sichtfeld dieser Einde erhöht sich, wenn sie einen Berg erklimmt. Ist das denn die Reichweite oder was? Hm, na egal. Machen wir mal das, was Nebel uns befiehlt. Infanterie und MEG-Einheiten haben besondere Fähigkeiten. Das heißt, nun, vielleicht solltest du das selbst herausfinden. Auf dem Berg? Warten. Versetzt du davon? Das Sichtfeld der Infanterie und MEG-Einheit wird im Gebirge größer. Je größer das Sichtfeld, desto schneller macht man den Gegner aus. Dieser Panzer war vorhin nicht da. Also sind die im Nebel versteckt oder wie? Das ist aber böse. Ach ja, hast du bemerkt, dass diese Stelle hier immer noch dunkel ist? Du musst vor... Äh, Beziehungs... Warte. Du musst vor BZW. Was war das nochmal? Ah, du musst vor- bzw. neben einem Wald stehen, um etwas erkennen zu können. Ich meine, ich habe manchmal solche Probleme mit diesen Abkürzungen. Tut mir leid. Hier steht deine... Ah, Flugzeug. Aber wie scheint hört man die im Video überhaupt nicht. Na, wenigstens eine positive Sache. Hier steht deine MEG-Einheit neben dem Wald. So siehst du in ihn hinein. Auch bei Riffen verhält es sich so. Man muss erst neben ihnen stehen, um etwas erkennen zu können. Gehen wir einen Schritt zurück. In diesem Wald könnte sich durchaus jemand befinden. Schicke doch eine Einheit als Spähtrupp aus. Das ist die Gelegenheit, eine neue Einheit einzusetzen. Einen Speer. Oh. Oh. Fälle ihn bitte an. Einen Speer. Mal sehen wir Heli und an Land, Fahrzeug und Infanterie. Hey, die sehen ziemlich cool aus. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich erkläre dir, was die Einheit kann. Das Sichtfeld eines Speers beträgt einen Wert von 5 Feldern. Okay. Aber die Sicht ist die Mobilität, oder wie? Also wie viele Felder man weiter marschieren kann. Scheint so, ja? Im Gegensatz zu Infanterie-Einheiten und Mech-Einheiten sieht er alles. Allerdings ist diese Einheit nicht sehr wehrhaft. Infanterie ist kein Problem. Aber andere Einheiten solltest du meiden. Schicken wir den Speer los. Diesen Wald auszukundschaften. Okay. Ja, ja. Entschuldigung, hab mich verdrückt. Auch wenn den Wald... Ah, direkt davor, ne? Okay. Warten. Oh mein Gott. Hier steht ein Raketenwerfer. Das macht Kriegsnebel so tückisch. Hättest du den Wald betreten wollen, wärst du auf den Gegner gestoßen. Wirst du in eine Falle geraten und handlungsunfähig gewesen, sei besonders vorsichtig, wenn du dich bedecktem Gelände näherst. Okay, dieser Nebel ist ziemlich böse. Es folgen nur ein paar Details über Wälder und Riffe. Diesmal nutzte der Gegner das Gelände als Versteck für seine Truppen. Das kannst du auch. Es ist taktisch klug, sich im Gelände zu verstecken. Natürlich wirst du entdeckt, sobald der Gegner dir nahe kommt. Aber, hast du diese Taktik verstanden? Und wie gesagt, für mehr Infos benutze die R-Taste. Okay. Drücke R und lasse dir mit Hilfe des Steuerkreuz die Info zeigen. Auf diese Weise informierst du dich über Gelände-Begebenheiten. Den Rest dieses Kampfes überlasse ich dir. Viel Glück. Das macht mir irgendwie Angst. Das ist ziemlich böse mit dem Sicht und so... Okay, diese Stadt wissen wir nicht, wem die gehört, ne? Hm. Wie sieht's mit Feuern aus? Ja, das ging. Ja, dann machen wir das mal. Ich hab Angst vor diesen Kampfpanzern. Es sind fiese Gegner. Besonders da unser Speer hier in der Gegend ist. Und das gefällt mir gar nicht. So. Wie sieht's mit dir aus? Erledigst du den Panzer? Der ist für Fahrzeuge gut. Kann aber nicht feuern. Ähm. 52. Der würde theoretisch sterben. Und wie sieht's bei ihm aus? 58. 84. Ah. Entschuldigung. Ja, dann greife ich ihn an. Ich hab lieber zwei schwache Einheiten als eine mächtige und eine tote. Ich kann ja noch Panzer nachschicken. Die können sich ja dann auch noch drum kümmern. Denn, ähm. Wir haben ja gelernt, durch diese Niederlage, dass der Angriff die beste Verteidigung ist. Oh, das wäre ja nicht so gut. Ah, ich tue's aber. Vielleicht fällt dir ja auf den Trick rein. Und er, ähm. Ja, wie soll ich sagen. Er wird, äh. Ah, Entschuldigung. Wenn ich den Touchscreen berühre, dann stoppt das Spiel. Und ich wollte gerade etwas wegfischen. Hab ein bisschen auf das Bildschirm, auf den Bildschirm gespuckt. Deshalb, ja. Ähm. Transporteinheit. Komm mal mit. Du fährst in den Nebel rein. Wie sieht das jetzt aus? Wenn ich jetzt eine Einheit hier leere, dann ist der Nebel verschwunden. Das heißt, wir müssen diese Felder abmarschieren, damit der Nebel verschwindet. Okay. Dann platzieren wir den hier mal hier hin. Okay, da gab's keinen Gegner. Und du kannst nicht feuern. Wieso? Weil, keine Ahnung. Ah, weil du nicht in der Reichweite bist. Äh, dann wartest du mal hier. Aber, hat Olaf jetzt zwei... Nein. Ah, das dachte ich mir. Der hat noch andere Gegner. Ah, das ist... Das ist wirklich böse. Man muss schnell den Nebel aufdecken. Und auch noch Taktik agieren. Das sieht aber nicht gut aus. Das ist fies. Fies, fies, fies. So, den Kampfpanzer, den räumen wir jetzt mal weg. Und die Sperre Knight kann weiterfahren. Besetzen wir zuerst mal die Stadt hier. So, das ist dann mal unsere... Ähm... Der würde sich gut in die Transporteinheit machen. Jopp. Dann fährt die Transporteinheit mal etwas weiter. Und er nährt den Soldaten hier aus. Dann sehen wir direkt mal, ob dort Einheiten platziert sind. Aber nein. So, den Speer... Das wäre jetzt dumm, wenn ich den dorthin fahren würde, oder? Äh, ich mach's einfach mal. Okay, es gab keinen dort. Das beruhigt mich. Äh... Wie sieht's mit dem Angriffsfeld aus? Äh, der kann sich auch nicht so gut befähigen. Und du? Du müsstest schon etwas runterkommen. Äh, nein, dann lassen wir die Panzer mal hochkommen. Ich möchte jetzt nicht, äh, verlieren. Das wäre jetzt ziemlich blöd. Deshalb, äh, gehe ich so vorsichtig vor. So. Und dann schicken wir noch einen Panzer auf die... ...damit die hier ordentlich was abkriegen. Und dann platziere ich meinen, äh... Ah, warte, es können sich ja auch Jets irgendwo befinden, oder? Ja, ich kann ja nicht so leicht fertig mich durchs, äh, Land... Ähm... Ja, wie sagt man? ...dann bewegen. Der steht jetzt schon mal gut. Du kommst jetzt mit der Straße mal mit. Und du machst jetzt auch so langsam... ...weiter. Du näherst dich der Stadt. Äh... Hier ist alles frei bei uns, ja. Dort gibt's keine Probleme. Das beruhigt mich. Und wir haben alle bewegt. Äh, und unsere Transporter hat wir dann gegriffen. Überlegt aber zum Glück. Oh, der Panzer sucht Streit. Kann der jetzt aus dem Nebel, ne? Ja, ich denke. Nein, nein, das war der Panzer von vorhin, ja. Und der eine, eine hat sich verkrochen... ...in den Nebel. Sauerei. Schweinereien. Das ist eine schwierige Mission. Die ist wirklich... Äh, da... ...fehlt... ...vieh, ähm... ...Strategie. Da braucht man viel Strategie. Ähm... Ich schicke meine Einheit lieber zurück. Ah! Hier in der Gegend gibt es einen, ähm... ...Raketenwerfer. Gut zu wissen. So. Der stärkere Panzer greift an. Dann müssen wir den jetzt taktisch, äh... ...umgehen. Ähm... ...nur, wo könnte der sich befinden? Ja, das ist schon ein cooles Element. Allerdings, ähm... ...is auch ein ziemlich schwieriges Element. Also... ...mhm... ...das ist nicht immer so... ...ähm... ...ja. Ähm... ...wie sagt man? Das ist nicht immer so offensichtlich, wie es aussieht. So, hier steht sicher irgendwo... ...ein Panzer oder was weiß ich... ...soll ich diesen hier... ...dorthin schicken? Eigentlich ja nicht. Also, ich fände das jetzt nicht so... ...gescheit. Ich sage immer gescheit. Ich meine, natürlich klug. Aber da er beschädigt ist... Okay. Zwei Einheiten haben wir gefunden. Äh, ja. Dann rücken wir mal mit unseren Einheiten voran. So, die Stadt, die ist... ...uneinnehmbar vom Gegner. Hm... ...ich lasse keine Einheiten... ...bei uns zurück. Denn... ...solange die nicht vorrücken... ...ist das ziemlich egal. So, du könntest in die Berge gehen. Dann haben wir Sicht. Ja. Und wir haben keine Gegner gefunden. Okay. Ja, das macht aber auch Spaß. Allerdings... ...würde ich gerne wissen, wo die stehen. In einem Wald. Okay. In einem Wald. Ah. Der Wald dort ganz an der Küste, ne? Bei den zwei Städten. Scheint so. Ähm... Wie erschießen wir euch? Ich... Ah, ich schicke den Speer dorthin. Nein. Das erschießen wir mal. Dort haben wir enormen Vorteil. Äh... Ob wir den anderen kriegen? Nein, tun wir nicht. Dann besetzen wir mal hier wieder die Stadt. Wir könnten den Panzer fortschicken. Hier besetzen wir auch die Stadt. Super. Ja, schicke ich den Speer jetzt dorthin. Der Wald ist sicher. Ja, du gehst jedenfalls mal in den Wald rein. Und du... Ähm... Bleibst erstmal hier und erledigst diese Truppe. Ich möchte jetzt nicht so schnell voranrücken mit meinen stärksten Waffen. Ich versuche mich jetzt mit Schwächeren heranzutasten. Nein, die ist sehr gut. Den kleinen Panzer. Den schicken wir mal hier in den Nebel. Besetzt sich der... Ne, der Wald ist noch nicht, ähm... frei. Und diese Flasche hier. Ähm... Ja, stellen wir mal alles hier auf. Den Speer bringen wir... Mal hier hin. Und die Transporteinheit... Die geht sich erholen. So. Und du rückst dann... Nicht voran, du gehst in die Stadt. So. Der Part endet schon fast wieder. So, okay. Der ist definitiv... Weggestorben. Und das... Der hat noch welche. Der hat sämtliche... Ja. Die Wälder. Diese Wälder sind alle besetzt. Am besten übernehme ich das Hauptkurs so schnell wie möglich. Okay. Die Infanterieeinheit ist kein Problem. Ähm... Den wir mal erledigen. Und wir schaffen es nicht. Oh. Na gut. Dann halt noch mal Verstärkung. Das reicht aber. Und die hier wollte ich heilen. Die hat besser... Hier zu bleiben. So. Und jetzt gehen wir uns mal... Ansehen, was sich hier befindet. Aha. Er tappt. Dann kriegen wir den mal. So. Jetzt ist aber mein kleiner Speer... In Gefahr. Ich kann er in die Küste fahren. Das ist gut. Okay. Ist mir jetzt egal, wenn wir... Äh... Bombardiert werden von... Der anderen Einheit. Äh... Hauptsache wir haben... Diese... Erste Bedrohung... Ausgeschaltet. So. Und einer der Einheit... Der Einheit, den macht sich am nächsten Tag wieder zurück. Ich komme mit dem jetzt noch über die Berge her, um die Städte zu besetzen. Und hier werden noch zwei... Ähm... Ja, äh... Gefeindliche Truppen... Platziert sein. Ja, es sieht so aus. Es sieht sogar ganz danach aus. Mal sehen, ob wir das noch heute beendet kriegen. Ich denke schon. Ähm... Ja, wir müssen an sich nur das... Quartier besetzen, ne? So, du hast hier eine Auszeit verdient. Ähm... Ja, der Speer kann zurück... Sich wieder mal zurückziehen. Nein, warte mal. Der kann bis zum Wald vorderen rücken. Komm, sei in diesem Wald. Ja, da ist er. Ähm... Am besten... Am besten greife ich mit ihm an. Ja, 84 Schaden. Das ist gut. Ich glaube, das ist die Einheit, die nicht, ähm... Direkt angreifen kann. Also... Wir sind um ihn herum safe. Genau. Der müsste sich bewegen. Ähm... Ja, dann machen wir uns so langsam auf den Weg. Du gehst in diese Stadt... Und besetzt sie. Der Wald war sauber. Ähm... Dann nähern wir uns mal langsam... Dem Hauptquartier. So, ich platziere jetzt, ähm... Mit Absicht so viele Truppen... Äh... Damit er Probleme hat, sich ein Ziel zu suchen. Und, äh... Diese Mission endet heute noch, wie es aussieht. Also, verlieren werden wir ja wohl kaum noch. Okay, er hat die falsche Entscheidung getroffen. Denn jetzt werde ich... Sein Hauptquartier einnehmen. Und vermutlich auch die letzte Truppe aufdecken. Am Riff könnte sich noch ein Schiff befinden. Das ist mir aber jetzt ziemlich wurscht. Ähm... Hier können wir noch mal die Städte einnehmen. Ähm... Was machen wir? Das greifen wir noch mal an, dass du... Hier überhaupt... Ah, wenn das die letzte Einheit wäre, dann haben wir ja eh gewonnen. Ja, okay. Es befindet sich definitiv nur ein Schiff irgendwo. Denn das gesamte Gebiet haben wir abmarschiert. Dort gibt es keine weiteren Gegner mehr. So, und wenn ich dich jetzt irgendwie hier an die Wälder bringen würde, dann würde das doch heißen, dass ich mehr Bewegungsfreiheit hätte. Nein, hatte ich nicht. Okay. Zu verschwendet. Okay, stellen wir uns in den Wald. Du kommst etwas näher. Du kommst über die Berge. Und... Mal sehen, ob das ein Schiff ist oder... Ja, es muss ja fast ein Schiff sein. Ja, es ist ein Schiff. Und... Was für ein Schiff ist das? Mal kurz schauen. Ein Frachter. Okay. Ja, übernehmen wir das Hauptquartier und vorbei ist... Fast das gesamte Gebiet von Orange Star wurde also zurückerubert. Meinetwegen, aber die entscheidende Schlacht ist noch nicht geschlagen. Gut gemacht. Du hast Olaf zurückgedrängt. Das wird das Letzte sein, was ich dir noch zu sagen habe. Danke, dass du all meinen Ratschlägen so aufmerksam gelauscht hast. Leider muss ich dich nach dieser Einweisung verlassen. Du wirst nun selbst deine Truppen führen, Blackstar. Ich stelle dir nun deinen Partner vor. Andy. Andy, komm her. Nell, was ist denn? Das ist Berater Blackstar. Blackstar wird dir von nun an Order erteilen. Begrüße ihn. Oh, hallo, Blackstar. Du bist also der Hauptausbilder von Orange Star. Schön, dich kennenzulernen. Lass dir gesagt sein, dass Andy oft etwas altklug ist. Er ist noch jung, aber er hat wirklich großes Talent. Ich denke, er wird dir ein guter Partner sein, Blackstar. Nun, viel Glück euch beide. Ja, das gefiel mir mit dem Kriegsnebel. Das bringt nochmal etwas Spannung rein. Und noch mehr strategische Überlegungen. Mal sehen, wie das jetzt in der Kampagne losgeht. Äh, Zeichen deiner Leistung. Okay, wir bekommen noch ein Abzeichen. Dass wir hier alles geschafft haben. Je mehr Gefäßte du bewältigst, desto höher steigt dein Rang. Dies ist eine Sondermarke, mit der du jederzeit deine Ränge betrachten kannst. Gratuliere. Wunderbar. Zu erster Rang. Aufgestiegen. Dieser Sieg bringt uns einen Teil von Orange Star zurück. Doch das ist erst der Anfang. Oder Stuppen stehen immer noch an unseren Grenzen. Blackstar, du wirst Andy die Truppen gegen uns da bla 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 führen oder was. Ja gut Freunde, das war's dann für heute. Dann geht es nun in Part 14 endlich los mit der Kampagne. Ich hoffe, ihr seid jetzt bereit und dabei, wenn wir dann jetzt das ultimative Spiel beginnen. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Bis dann! Auch mal kurz. ... Bis zum nächsten Mal.